Mein Name ist Sven Franzen und ich bin Marketing-Experte und Gründer der Tiger Marketing Group aus Deutschland. Was will mein Kunde wirklich? Was ist seine Erwartung, die ich auch wirklich erfüllen muss? Und wie haben sich vielleicht die Kunden geändert? Die meisten Unternehmer vergessen mit der Zeit, weil sie ihr Produkt mehr und mehr optimieren, ihren Kunden in den Fokus zu nehmen. In meinem Vortrag und in meiner Session werden wir gemeinsam uns anschauen, wie wir eine Marketing-Roadmap aufsetzen. Dazu bauen wir einen Kunden-Avatar, schauen uns an, wo wir ihn wirklich ohne Streuverluste in Kampagnen erreichen können und was eigentlich eine gute Markenbotschaft und Selling-Story ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017